So, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Vorstellungsvideo für den Kanal Unlimited Users. Zuerst mal zu meiner Person, ich heiße Adrian, 15 Jahre, zocke gerne, fahre gerne Moped und ja, das war's. Und ich bringe jetzt auch mal hier kurz, stelle ich mal vor, meinen Content, den ich auf diesem Kanal bringen werde. Vor allem werden das Rocket League sein mit Paul und ja, GTA mit Paul, wenn ich wieder entbannt bin und Golf Reference mit Paul und ja, diese ganzen anderen Spiele werden auch von mir kommen, ich weiß zwar nicht wann, GTA, wie gesagt, wenn ich wieder entbannt bin, wird das wieder da sein, aber ja, ziemlich lustiges Zeug, was da kommen wird, sage ich mal so. Und ja, ich nehme das gerade mit dem Handy auf, deswegen wackelt das ein bisschen, entschuldigt ich das bitte, aber ich habe halt noch kein richtiges Aufnahmeprogramm. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen erst. Und ja, so würde ich sagen, das soll es auch schon gewesen sein. Ja, tschüss.